Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen. Wofür macht man eigentlich die Musik aus? Lol, jeder alleine, hä? Spaß? Hahaha, ich lache mich tot, weil es das so loszieht. Einmal Bad Wars auf Comics spielen und dann hat man solche Leute in der Runde. Na, gute Nacht, sage ich nur. Heute sollte es um das gehen, was im Titel steht, was eine Überraschung. Und zwar habe ich vor zwei Jahren ein Video darüber gemacht zu meinem Minecraft-Server. Aber ja, da, ja, habt ihr zwar ja nichts mehr davon gehört und auch aus einem guten Grund. Und zwar, erst wollte ich einen City-Build-Server machen. Dann wollte ich einen Mini-Game-Server machen. Dann hat irgendwas mit dem Plug-in sich gestimmt. Und ich habe jetzt vor circa einem Monat angefangen, alles nochmal neu zu machen. Den haben wir schon mal, check. Und ich kann so viel sagen, der Server ist so ungefähr 75 bis 80 Prozent fertig. Also diesmal, ich habe teilweise Plug-ins gekauft, nutze keine kostenlosen Download-Plugins, weil diese meistens führen, ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Hat selbst, äh, teils auch selbst was gekodet, äh, selbst programmiert. Und, äh, jetzt kommt dieses Video, weil für gewisse Spielmodi wäre es, äh, klasse, ein paar Maps zu haben. Also, falls ihr im Bereich Bilder- bzw. Design-Erfahrung habt, könnt ihr gerne mal mich kontaktieren. Die E-Mail-Adresse ist dazu in der Beschreibung verlinkt. Wir hätten eigentlich jetzt noch ein Bett. Ach, drei Betten, nur zerstört, okay. Pins, zwei, drei. Okay, hat sich öfters angehört. Ja, ich brauche nämlich noch für den Server, ein Server-Logo und so ein, ja, nicht Server-Banner, aber, ich denke mal, die Designer wissen, was ich meine. Und Bilder brauche ich natürlich auch noch, denn ich kann mir nicht alles aus dem Internet ziehen. Erstens möchte ich keine normalen kostenlosen Maps nehmen, habe ich auch nicht. Ja, der Server soll auch kein 0815-Server werden. Und, ich hab schon mal 7 Dias, das ist wunderbar. Das soll natürlich, ja, was eigenes sein. Deswegen habe ich zum Teil auch selbst gecodet, weil mit den Plugins, mit denen ich den Server, ja, mache, funktioniert halt nicht das Download-Plugin. Dann muss ich schon mal was selbst programmieren. Weil man manche Plugins auch nicht findet. Das ist halt dann das Ding. Und... Ach, Schärfe 2 gäbe es mir aber schon mal. Häufig. Gelb. Ähm. Kann ich eigentlich mal fix. Nein. Sag nicht. Sag nicht. Nicht, dass der über die Basen rennt. Was? Alter, Alter, hat der mich erschrocken. So. Oh. Gut. Äh. Keine Ahnung, was der gerade gemacht hat. Aber ich glaube, er wollte James Bond spielen. Bin ich mir nicht so sicher. Und schützt ja jemand mit einem Bogen auf mich. Tatsache. Echt halt sowas. Wer ist denn das? Pink? Ne, Violett bestimmt. Naja. Okay, ich will meinen Dias zurück. Ciao, Kakao. Wann der Server released, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber die meisten Spielmodi sind soweit fertig. Wenn wir jetzt zu mir kommen. Kann er machen. Ne, das ist die falsche Ruhe. Na komm. Na komm. Oh, ich hätte mir mal Rüstung kaufen können. Ich geh nur ressourcen. Ja, was ist denn nun? Einen Feuerball hast du? Ist ja interessant. Oh, ja. Super. Ähm. Ja, das sieht ein bisschen blöd aus für mich. Oh, Junge. Mach mich nicht alle. Äh, was nehme ich denn jetzt hier? Holz. Holz ist immer gut. So. Boah, Junge. Wird ihr mich verarschen? Wofür kam das der denn jetzt her? Meine Liebe, ich kriege ja noch einen Herzinfarkt wegen euch. Dann zerstöre meinen Weg. Ich brauche den eh gerade nicht. Oh. Okay. Okay, kommt der. Ich würde... Jetzt kommt er, glaube ich. Soll er doch machen. Ich glaube, ich werde mal meine Dias nutzen für das. Basisverteidigung. Nehme ich. Keine Ahnung. Ach, ein Hund. Geil. Wäre der jetzt runtergerannt, ne? Das gäbe einen Eintrag ins Klassenbuch. Aber sowas von. So. Wen stickt jetzt her? Ist das hier wieder ein Bug? Ne. Ja, Moinzen. Na, was geht denn ab? So, hier. Für deine Kackfeuerbälle. Ja, was machst du denn jetzt, ne? Dumm gucken, dachte ich mir. Ich kann mich auch hinsetzen. Können wir es uns bequem machen. Junge. Das will ich verarschen. Ey, Digga. Was soll denn der Scheiß? Ja, hier. Hab noch 6, Dig. Wird aufpassen. Ja, wow. Dieser Typ in der Mitte, der regt mich so auf. Oh, das wäre so schön gewesen, wenn der runtergeflogen wäre. Nein. Ja. Okay, Bett ist. Na, ist auch egal. Aber ich hätte den bestimmt fertig gemacht, wenn dieser andere Typ mich nicht die ganze Zeit abgefuckt hätte. Ja. Was ist denn mit dem? Hä? Wie ist denn der? Hä? Wie ist denn? Hat der von deinem Diasporne ausgeschossen? Also solche Leute, das habe ich auch noch nicht erlebt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da an, sonst nehmen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao. Leute. Tschüss. 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 Tschüss.